Es juckt mal. Ich sollte damit aufhören, weil es schon losgeht. Ja. Eventuell. Ich will aber diese wunderschöne Videosequenz kaputt machen. Ich glaube das Mikro nicht um die Ohren. Okay, ich weiß zwar nicht mehr was letztlich mal passiert ist, aber es hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir in einem Fahrstuhl ins Wasser gefallen sind, ja okay gut, dann damit... Herzlich willkommen! Nein, ja okay, ich kam von The Evil Within und mir, ja es lag an der, ich weiß jetzt warum das hier so hin und her zeugt, so, es lag an meiner Grafikkarte, die den Geist aufgegeben hat, so gut wie bei diesem Spiel, deswegen habe ich mir jetzt eine neue Karte geholt und werde jetzt hochauflösendes The Evil Within bringen. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss und... Oh Alter, 60 FPS, das ist so ein geiles Gefühl, oh mein Gott. Also du weißt schon, Kapitel 11, Wiedervereinigung, ne? Ach, das heißt wirklich Kapitel 11, heißt Wiedervereinigung? Ja. Also dann treffe ich jetzt meine Freunde wahrscheinlich. Die Klinik scheint das intakte Gebäude zu sein. Alles bricht außer die Klinik? Ja. Achja, du weißt ja nicht ganz genau, worum es ging. Nein. Wir sind in dieser Traumwelt von Rubik, von diesem Typen in der Psychiatrie, die Anfangsszene hast du ja eben gesehen. Mhm. Genau, und der leitet uns jetzt sozusagen hier durch seine komische Horror-Psychowelt und wir versuchen ihn dadurch irgendwie irgendwann zu vernichten. Ah, okay. Na gut, einiges habe ich ja schon mal bekommen. Genau, und wir haben das Ding hier übrigens auf meine Boxen umgemacht. Ich versuche das nachher so zu bearbeiten, dass es sich auch ganz gut anhört, weil ich so nicht... Ja, mit Kopfhörern ging das nicht so aufzunehmen und das... Okay. Hallo? Hilfe? Ähm. Ja. Gut. Ja, die Stadt löst sich hier. Wir sind halt in seiner Traumwelt. Er kann halt machen, was er will. Ja, ja. Hab ich schon be... Wir rutschen gerade. Ne, oder ich glaube, das rutscht hoch. Echt? Ja, das war hoch. Egal. Ja, okay. Okay, White Fog. Der weiße Nebel. Hört sich nach einem Horrorfilm an. Sollte man gucken. Klingt so ähnlich wie die Regen. The fog started rolling in and it... In the end? Achso. And I was like... And I was like... Okay. Oh, 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 oh. Siehst du, das bewegt sich. Nein, wir bewegen uns nicht. Siehst du? Das geht hoch. Ist ja auch egal. Im Endeffekt ist es E-Yok. Es ist E-Yok-Train. Okay. Das war mal ein Schulbus. Ähm. Alter. Das hat... Das war grad so ein Millimeter in unserem Kopf vorbei. Okay. Aber immerhin, wir kommen jetzt in sichere. Hier ist nämlich eine Wohnung und... Das war mal eine Wohnung. Warum sieht das hier bloß so gemütlich aus? Hm. Oh man, 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 man. Ohne Scheiß. Ohne Jukebox. Ja, komm, geht die? Na, okay. Ah, schade. Warte, warte. Oder? Ja, nee. Nee, Sofa. Oh, hier ist ein Ding uns. Das ist gut. Hier gibt es dann doch noch einige Sachen zu finden. Warte. Ah, hier ist so ein Kartenfragment. Ja. Ja, ja, blablabla. Ähm. Was? Oh. Aber den Koffer können wir auch öffnen. Da ist auch immer irgendwas cooles drin. Oh. Wow, den Revolver. Den haben wir ja nicht schon, ne? Aber... Ach so, ne Magnum. Hä? Hä? Ah, da. Ja. Komm, ganz ehrlich. Ja, ja. Ist okay. Du weißt, es unterscheidet sich aber schon ein bisschen, ne? Ein bisschen, aber nicht ganz. Nicht ganz, ja. Ich nenn die Folge Romy nervt. Das weiß ich jetzt schon. Nein! Okay, links, rechts. Äh, da können wir auch schießen, das explodiert. Lalalalalalalala. Hier passiert gleich was. Das ist so ein unheilvoller, langer Gang. This is us. In HD. Entschuldigung. Okay. Läuft auf jeden Fall hier bei diesem Spiel. Ein Glück haben wir uns nicht den Fuß angeklemmt. Alter. Ohne Scheiß. Was hat er mit der Stadt vor? Oh. Ich denke immer, ich krieg auch die Fresse. Jedes Mal. Brauchst dich aber auch nicht so. Verrückt mich nicht so. Ne? Also. Okay. Ja. Aber ganz ehrlich, diese Welt ist doch... Das ist der Drogenkasten. Hast du es schon gesehen? Wenn du deinen Erste-Hilfe-Koffer nimmst, Alter, dann ballert dir das richtig hier rüber weg. Oh. Ähm. Schau mal, was wir hier noch finden. Oh, oh. Ja! Was, was, was? Junge! Ah! Geh weg! Geh weg! Ich will sein... Ich weiß, ich glaube, ich muss auf die... Ich glaube, ich muss auf die... Ja, aber ich glaube... Ich glaube, ich muss seinen Rücken treffen. Mit diesem Ding da. Mit der Gasflasche auf dem Rücken. Junge, dreh dich doch einfach um. Ist doch nicht so schwer. Ich will mich verarschen. So. Sag ich doch. Yummy! T-Bag, T-Bag! Okay. Wir haben einen Snapchat bekommen von... Oh Gott, ich block den irgendwann noch. Ähm. Hallo! Das nächste Kapitel muss ich mir angewiesen, muss ich wieder auf das Schwierig... auf eine Schwierigkeitsschwierigkeit stellen. Denn... Leichter Versprecher? Ja. Okay. Gut. Nanananana! Na du? Nein! Nein! Stirb! Treffen konnte ich auch mal besser. Jetzt müsste der andere eigentlich auch um die Ecke kommen. Okay, ich schiefe nicht mehr. Ich... ich geb's auf, okay? Hey Officer! What's up? Okay. Ich bin spielkind, ich weiß, und ich werd's auch immer sein. Haben wir schon gehabt das Thema heute, ne? Ja. Na du? Hurensohn? Hast auch du sterben? Dankeschön. Na, du hast auch ein wundersch... Probieren wir nochmal den neuen Revolver. Ja, nö, die Munition will ich nicht verschwenden. Dann benutzen wir einfach mal den Revolver mit der nicht vorhandenen Munition weiter. Oh, wir haben grad nur 50 FPS, was ist denn los? Oh, scheiß Grafikkarte! Shotgun Muni! Ich glaub, wir hätten die gar nicht alle töten müssen. Aber irgendwie hab ich so diesen Tötungszwang, weißt du? Soll ich mich dazu jetzt echt äußern? Nein. Aber ich check grad gar nicht, wo wir hinmüssen. Ach, da hinten vielleicht? So, von wo sind wir jetzt nochmal gekommen? Von da. Von hinter dem Container. Ja. Ich dachte, ich muss... Ja, die Leute stand ja da. Über den Zaun. Kommst du da drüber? Nö, nö. Hier kann ich durch. Aber... Also hier sind wir... Von hier sind wir gekommen. Achso. Siehst du? Hier sind wir eben reingegangen und dann stand hier links... Na, hier sind wir rübergeklettert. Hier. Genau. Warte mal. Hätte ich behindert? Nein. Doch. Warte, wir sind doch... Eventuell... So, es gibt ja nur die Möglichkeit... Auto? ...da hoch zu gehen. Aber ich weiß nicht, ja, das Auto. Eventuell dann? Nee, das ist nicht so kompliziert. Okay. Also, es hat schon irgendwas mit... Das ist immer relativ einfach, nur man sieht das nicht immer. Weil ich zu dumm dafür bin. Warte. Also, entweder man... Dann muss ich vielleicht hier runter. Hier komm ich nicht lang. Kannst du nicht auf die Portena wegklettern? Nee, kann ich ja eben nicht. Ah, hier ist ne Tür. Okay. Die altersten Dinge sieht man nicht. Ah, okay. Jetzt. Äh, Bruder? Der sah irgendwie anders aus als anderen. Auf einmal sind es mehrere. Okay. Na, okay. Leu, wir haben ne Zielhilfe. Seit wann haben wir ne Zielhilfe? Seit wann haben wir ne Zielhilfe? Wir merken uns, Magnum ist One-Shot. Und, ähm... Seit wann haben wir jetzt so ne Zielhilfe? Es ist jetzt nicht schlecht. Es ist relativ schwer zu zielen bei diesem Spiel, aber... Können wir jetzt... Das gehört zu dein Magnum dazu. Echt? Bei dem Spiel, ja. Woher weißt du das? Connections? Oh, we got connections. Oh, jetzt ist die Tür hier auf. Klar, warum versuche ich durch die verschlossene Tür wieder rauszugehen? Hallo? Licht aus. Einen Schuss an der Magnum haben wir noch. Okay. Das hat mich gerade voll an die Walking Dead erinnert. Ja. Ich glaub die See... Ich kenn die See... Oh, oh. Oh, oh. Okay, jetzt werden's langsam... Okay, den snipen wir weg. Metallmaske. Maaaannn. Junge. Ich will die nicht. Ich will die nicht. Ich will die nicht. Ich will die Schockern. Halleluja. Schurensohn. Schurensohn. Oh, ja. Kannst du jetzt mal auf die Fremse. So. Hat dein Maul jetzt... Dreckiges Stück. Okay, okay. Äh. Wieso steht er auch wieder auf... Oh mein Gott. Weil er noch nicht tot war. So, jetzt haben wir die erstmal geblendet. Das heißt, wir können jetzt gaaaanz chillig-müllig... Wenn man treffen würde. Eins. Zwei. Otto. Oh, hat mich getroffen. Oh. Oh. Scheiße. Oh, Mann. Aber das bockt auf jeden Fall viel mehr mit der neuen Grafikkarte zu spielen. Jetzt macht das Spiel auch richtig Spaß. Mit der Grafikkarte. Guck dir das mal an. Ja. Das ist der Hammer. Ups, ich wollte nicht in die Richtung noch. Okay, gut. Jetzt fahren wir nochmal von vorne an und sparen uns unsere Munition. Von der Mechner. Ja, auf jeden Fall. Von allem. Okay, wir haben nur die Blendbolzen, okay. Aber wir können noch mehr machen. Okay, dann hauen wir den gleich erstmal von hinten wieder um. Oh, daaa. Wir schleifen uns an. Ja, was nicht glaubt. Uuuuuhhhh. Heidu? Dreh dich doch nicht. Nein, nein, nein. Ich kann nicht durchschießen. Realistisch. Ich drück... Uuuuhhh. Uuuuhhh. So. Ich schieß doch gar nicht auf den Kopf, Mann. Burn, Motherfucker. So. Ich schreie nicht so aus den Schleim. Okay. Authentisch, oder? Du fühlst voll mit, ne? Authentisch, oder? Ja, ist authentisch. Ist authentisch. Oh, da ist Schleim. Slimy. Yummy. Aber mittlerweile 30.000. Sollten vielleicht mal ein bisschen bearbeiten, ne? Eventuell. So, okay. Guck mal hier. Das erinnert mich an The Walking Dead. Das nicht. Wo sie im Gefängnis waren. Ja, genau. Die zweite Staffel. Komm schon. Schleichangriff. So sparen wir uns auf jeden Fall Munition. Oh, da ist noch mehr Munition. Da ist, äh... Ja, ja. Do you know? Ja, er ist beschäftigt und... Er warnt. Was ist jetzt? Digga! Diese Rentner-Ärsche, ne? Okay. Können wir das Thema erst schon mal bitte lassen? Ja... Das wurde auch so! Fall... Ja, er fällt nicht mehr runter! Er ging fest? Irgendwie so? Ne, er lag auf dem Boden. So, jetzt weiß ich wenigstens, was wir machen müssen. Aber erst mal sammeln wir uns alles ein! Ich fing nie wieder. Meine Stimme ist wunderschön! Ich weiß. Ich brauch unbedingt ne neue Webcam, ne? Checkst du mir eine? Aber was träumst du eigentlich nachts? Dir. Ja, du müsstest mittlerweile wissen, dass ich komische Bewegungen mache. Immer. Die Frage ist, ich hab dich auch nicht anders kennengelernt. Das ist keine Frage, das war eine Aussage. Stimmt schon. Ich bin übermüdet. Ja? Ich darf das. Der sieht aus wie Trevor von GTA. Ja, stimmt. Ja. Munition. Gut. Ähm. Wolltest du dich die Magnum-Munition sparen? Ja, die Magnum habe ich auch nicht benutzt. Achso. Achja. Was soll. So, jetzt können wir das noch benutzen. Hurensohn. So nach dem Motto, I believe I can fly, oder? Ja, das war wirklich so aus. Ja. Das war aber auch gut aus. Fünf von fünf Punkten. So, die Magnum haben wir. Ne? Lebt er noch? Ja, ich würde ihn verbrennen. Nö, der lebt nicht. Wir sind nur über ihn gelaufen, ja. Na egal. Yolo. Der Kollege wird's uns nicht übel nehmen. Die Granate lag ja eben noch nicht. Haben die irgendwas fallen lassen? Ja? Gut. Jetzt müssen wir durch die Tür zurück und uns den Schlüssel snacken. Wo ist der Surprise, Motherfucker? Die kommen doch jetzt gleich erst. Nein, aber der eine haben wir doch eben hier getötet um die Ecke. So. Jetzt kommen meine Brüder. So. Ja. Achso. Jetzt habe ich ihn verstanden. Entschuldigung. Junge, hör auf mich zu schießen. Die fliegen aber auch bei dem Ding, Alter. Aber wieso können wir die Waffe von dem jetzt nicht aufnehmen? Das ist nicht... Wow. Ja, das ist komisch, dass man durch... Das ist richtig... Okay, gut. Plan B. Wir nehmen jetzt... den auseinander. Das Ding... Das unlogische... Ja, ja. Das unlogische ist einfach... Man kann... durch... nicht durch diese Gitter schießen. Ja. Siehst du, was ich jetzt meine? Ja. I'm so high, ne? Doch, guck mal. Jetzt kann er durchschießen. Oh. Oh, fuck it. Okay. Das nehmen wir noch mit. Wir chillen das jetzt, glaube ich, erstmal hier hin. Ja. Ja. Eindeutig. Ähm. Kann ich ihn denn treffen überhaupt? Ja. Wow. Du kannst doch da durchschießen. Er ist tot. Die fragen sich nur, wo sind die anderen. Ja, die kommen gleich. Ich glaube, die wissen nicht, wo wir sind. Waren da gerade Schritte? Habe ich da gerade Füße gesehen? Hallo. Hallo? Okay. Gut. YOLO. I don't care. I don't give a single fuck. Okay. Okay. Ja, gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass die Zombies ein leichtes Spiel werden? Ja, gut. Habe ich, aber... So, warte. Zwar anläufe. Ähm. Willst du die Fresse, oder? Digga. Ah! Ah! Ich brauche gerade sagen, kannst du ihn ja mal in den LKW stecken. Wir stecken leider oben. Ist dann vielleicht noch am Schatten. Ah! Okay, warte. Zwei Gegners haben wir noch. Surprise! Und eins. Naja. Und zwei. Und zwei. Burn! Burn it down! Wir sind gleich schon bei 20 Minuten. Diese Folge sollte vielleicht auch irgendwo einander nehmen. Eventuell. Ach, du meinst in dem Bus? Nein! Sie sagen, ich konnte niemals... In den LKW da oben. Ach so. Nicht da, andersrum. Nein! Dreh dich einmal da. Ach da, okay. Gut, habe ich noch gar nicht gesehen. Sie sagen, ich konnte niemals einem Zombie das Fahren beibringen. Nein, Zombie! Nein! Okay. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay. Boing! Und das war mal ein Hotel? Das ist die Frage, müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten? Wir hätten nach unten gemusst. Wir müssen nach unten. Aber hier oben ist Munition. Ja. So, ich würde mal sagen, die Folge wird hier beendet, ne? Du darfst es sagen. Tschü- tschüss. Abonniert mich! Nein, Spaß. Haust rein.